Hallo Leute, wir sind hier zurück in MTA. Ja, es gewittert. Dabei ist Servus. Hallo. Ja, und heute machen wir eine kleine, naja. Salvatore. Genau. Alter. Oh, ich dachte schon, der wollte uns anhalten, Alter. Das Pisswetter geht mir schon wieder auf den Sack. Das Pisswetter. Ja, das Gewitter, also, ja. Ja, es gewittert halt, also, nix, nix besonderes. Okay, mal gucken. Ich würde erstmal zur Tankstelle fahren, weil ich hab nur noch einen Zentimeter Tank. Ja, besser als gar nichts, also fahr mal tanken. Also, am roten S kann ich euch sagen, da spawnt man eigentlich ganz am Anfang, wenn man ganz neu auf dem Server ist. Ist der Noob Spawn? Genau. Man kann den hinterher noch mit dem Handy ändern. Ich zeig das mal wie, man drückt auf P, geht in die Einstellungen und rechts. Dann kann man sich halt irgendwo einmieten, aber das zeigen wir auch noch später wahrscheinlich. Ja, und so, hier. Dann kann man das hier halt auswählen. Gut, gezeigt. Ähm, du fährst falsch ein bisschen, aber egal. Fahr hier ruhig lang. Alter, nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ich weiß, ich weiß. Boah, zäh. Da kriegt man vier Sterne, Alter. Ich weiß schon, da bist du ja mal reingefallen. Ja, also, wir sind gegeneinander auf der Brücke oben gefahren. Mein Motorrad fährt runter und landet irgendwo unten. Okay. Oh, da liegt ein Polizeimotorrad. Geil. Ich gehe suchen. Oh, da ist ein Polizehelikopter. Ups, ich bin entschuldig. Habe keine Drogen dabei. Ah, hier ist die Tanke, stimmt ja. Oh, kein Geld. Ich auch nicht. Überhaupt nicht, da war eine Tasche, Alter. Weil, das ist im Knast, da wurde mehr. Wurden wir 18 Dollar ab, glaube ich, abgenommen. So, wie hat sich die sind? Mehr 400. Ich habe 9000, dann hebe ich mal so 500 ab. Ja, stimmt, 500 reichen. Äh, 5000 nicht. Was sein? Oh, musst du noch hin? Ne, ich habe schon. Ich hole mir noch einen Snack. Jetzt sind kann ich da, achso, habe ich schon noch. Voll tanken? Jo. Kostet 200, geht eigentlich. Und Benzinkanister kaufen. Ist wichtig, weil wenn euer Motorrad oder Auto auf der Strecke bleibt, weil es kein Benzin mehr hat, dann kann man es ja auffüllen. Ist zwar nicht viel drin in so einem Kanister, man sollte dann sofort die Tankstelle aufsuchen. Aber bis der Tankstelle reicht es. Ja, genau. So, dann fahren wir zum gelben Punkt, mein Lieber. Hast du noch Waffen? Ne, ich habe gar nichts mehr. Und war alles abgezogen. Wollen wir uns wieder welche holen? Ja, später. Ja, okay. Was nun? Na, hast du mir nicht zugehört? Mensch, zu gelben Punkt. Okay. Gut, gut, gut. Ja, genau, nimmst du die Abkürzung? Und wegen dem Einmieten, das erkläre ich jetzt schnell auf dem Weg. Ihr geht zu einem Haus, ja, das auch vermietbar ist, ihr könnt nicht in jedes Haus euch einmieten. Dann geht ihr in das Haus-Symbol und gebt einem im Chat slash Rent. Ja, also wenn man Englisch kannt, sollte man das wissen. Ja. Ja. Dann habe ich die Zeit für die erklärt, die kein Englisch kannt. Ja, für dich. Oh. Ja, richtiger Profi. Ja, wieso steige ich denn ab? Wollte ich gar nicht. So, dann fahre ich mich auch rum. Eigentlich reicht der Motor ausmachen, ne? Ja, eigentlich. Also, wer es noch nicht weiß, also am Geldautomat kann man sich Geld holen. Ja. Hier kann man auch bei, wenn man Enter drückt am Kohle, ja, ich sag mal Spriteautomaten. Ähm, ja, das ist genauso blöd, aber egal. Beim, äh, Getränkeautomat. Getränkeautomat. Beim Breitautomat. Oh, äh, hier wollte ich gar nicht rein. Also. Hier kann man sich, weil, also als allererstes, ihr habt etwas Geld, ich würde es nicht für etwas Sinnloses ausgeben, wie eine Million Burger kaufen oder sowas. Personalausweis. Am wichtigsten ist, ähm, Ausweis und ein Führerschein. Genau. Der kostet gerade mal 1.750. Und dann, hier kann man halt die Jobs anzeigen lassen, muss man dann immer hinfeiern. Ich würde empfohlen, nebenbei Mechaniker, ja, ist cool, kannst halt, ähm, Sachen reparieren, aber auch von deinen Freunden. Dealer ist, äh, illegal, wie gesagt. Ja, es sagt halt schon der Name. Ja, wenn dich, ja, wenn dich Polizisten dabei erwischen, wie du etwas in deinem Inventar hast, paar Gramm Kokain, es kann sogar nur, 0,5 Gramm sein, dann kommst du in die Klasse und das nicht relativ, das nicht kurz, ja. Ja. Hier kann man noch hoch. Ja, äh, keine Ahnung, ob man das darf. Ihr Transporter ist eigentlich der, nee, äh, was sag ich denn? Für den Anfang finde ich es eigentlich am besten. Der Bauarbeiterjob dauert zum Hoch, ja, dauert aber beim Hochleveln total lange. Ja, und am Anfang verdienst du so wenig. Und aber später lohnt es sich, echt. Da kriegst du, ähm, umgerechnet, was hast du dir geholt? Äh, gar nichts. Ja, okay. Trägst du umgerechnet um die 7,50 pro Fahrt. Am Anfang ist es weniger, dann, ey, guck mal, dieses coole Motorrad. Ich bin noch drin, ja, hier stehen echt viele Motorräder. Ja, wird auch am Spawn erklärt, kann man. Aufsperren und alles. Ein Mauszeiger aktivieren. Das Motorrad heißt Hartz, ja. Nice. Oh, Alter. Ich wollte wieder nach hinten springen, Alter. So, steck mal auf. So, gib mal Gas. Ich weiß zwar nicht, wohin, das kann man noch zeigen. Also, mit F11 öffnet man die Karte, ganz wichtig. Ja, und da sieht man eigentlich alles. Beim Z gibt's Paintball. Werden wir auch mal zeigen. Beim... Auf dieser Map gibt's, ähm, diese Burger und diese Pizzas. Ja, da fahr mal hin, zum Burger. Ich bräuchte was. Fahr mal zum Burger, 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 Burger. Wir könnten mal zum Skinshop fahren und da uns umgucken. Ja, können wir auch, aber ich brauch Burger. Drei Stück. Los, gib Gas. Ich fahr dich zum Pizza. Nein, ich will zum Burger, Mann. Ich muss ja auch welche mitnehmen. Ach so. Zum Burger, Mann. Ja. Ich hab die Map offen, okay? Oh, ja. Ja. Total. Oh. Alter. Wo fanden? So. Ja, ich denk mal, da gehen wir nicht rein. Wo rein? Ach nee, das ist ja... Ja, für... Gaber. Für alle Schwulen unter euch. Da könnt ihr euch aussuchen. Ja, könnt ihr eure... Keine Ahnung. Auslassen. Ja, ich hatte das Wort auch im Mund und ich wollte es auch nicht sagen. Ja. Denn es ist schon echt... nicht nett. Naja. Naja. Anderes Thema. So, ey, jetzt fahr doch mal da rein. Ja, ja. So muss man reinfahren, siehst du. Sei froh, dass ich jetzt gerade keine Facecam hat. Warum? Der Todesblack... Der hätte dich getötet. Warum? Ja, keine Ahnung. Ja, ich will nichts noch. Ich will nicht mehr kaufen. Feind, ich weg. Faceform. Okay, beim T-Shirt. Da könnt ihr euch Skins kaufen. Ist empfehlenswert, weil am Anfang habt ihr so in den Anfängerskin so einen Pennerskin und der ist nicht schön. Nee. Hier müsste noch mein Auto stehen und mein Motorrad. Sieht man da hinten im Hintergrund. Aber wir verbrauchen lieber den Sprit vom Kobold. Lohnt sich halt. Jo. Ja, ich schaff die ganzen teuren Autos an und du bezahlst Sprit. Mhm. Außerdem schimmst du mir immer noch 10.000 für einen Waffenschein. Wir sind doch Partner. In welchem Sinne? Ja, arme Laterne. Das ist auch eine coole Karre. Oh, und sogar ein Rasenmäher. Der Rasenmäher, ey, der ist geil. Oh, das muss mir auch freuen. Wer steht denn da? Guck mal, den können in der Wagen. Den würde ich holen. Ja, ist okay, aber ich habe mir jetzt sehr so gedacht. Oh Gott, nein, was will der? Oh, Alter, der zieht uns. Alter, der schießt. Ja, fand ich gegen die Wand. Alter. Was sind denn hier alle so aggro heute? Vielleicht sollte ich in die andere Richtung fahren. Keine Ahnung, wo du überhaupt hin willst. Oh, wie es blitzt, Alter. Ja, das ist echt geil. Also hier, es gibt auch einen Wetterbericht. Oh ja, es gibt sogar Überflutungen. Ja, dann stehen die ganzen Straßen unter Wasser. Und du kannst schwimmen. Ja, was soll man eben was auch sonst machen? Ja, steig mal runter. Danke sehr. Ich mache lieber Break, weil ich weiß ja nicht. Ich gehe mal rein. Ich werde mir zwar kein Skin kaufen, aber wir werden es einfach mal zeigen. Hier wird man dann reingehen. Umkleide. Und hier sind die ganzen Skins. Nehme ich mal Männer-Skins. Der Elvis-Schnitt ist ja geil. Alter, ist der krass. Der ist ja niedlich. Cowboy-eklig. Ja, hier gibt es alle. Und dann kann man hier noch Frauen-Skin. Oh. Oh. Ich hole mir, glaube ich, den Cowboy. Ganz ehrlich. Der ist auch cool. Skaterin. Ja, klar. So gehe ich auch immer skaten. Oder einen Strandmann. Alter, diesen. Alter, das. Günstig. Sind halt die ganz günstigen. Und teuren. Da sind halt die teuren. Ja. Irgendwie logisch. Oh. Latina. Ja. Achso. Alter Mann. Achso. Männer-Skins. Äh, Frauen-Skins. Alter Mann. Land. Dein Ernst. Es gibt Elvis. Elvis weiß und blau. Toll. Den Afro, Alter. Na gut, haben wir mal so ein bisschen durchgezeigt. Man kann jetzt nicht alle zeigen, aber hey, wie komme ich jetzt wieder raus? Weiß was, ich hole mir jetzt den Cowboy. Äh, bin ich hier nicht. Hä? Bin ich blöd? Ja, vielleicht, aber... Achso, da. Hm, ja. Ich bin jetzt ein Cowboy. Ach du Scheiße. Ey, der ist wirklich geil. Weißt schon. Blup, blup. Oh ja, was willst du, hä? Ich verneige mich. Da schaue ich nur noch einen Revolver. Vielleicht darf ich mal mitfahren. Nö. Hm. Schickt er dich gleich runter, oder? Na, vielleicht doch nicht. So, was können wir noch zeigen? Schreibe erstmal auf. Oh, geile Idee. Ich fahr mal zu dem, nach deiner Meinung, doppelten T zu dieser komischen weißen Brücke. Keine Ahnung, zu den Zeichen. T-T? Ja, ganz unten, links. Dieses weiße Zeichen. Was ist denn da? Hast du das noch nicht gemacht? Fahr unbedingt hin. Fliegen wir doch hin. Gut, dann fahren wir jetzt zum Flughafen und fliegen dann in der nächsten Folge dorthin. Jo. Ja, also gib mal Gas. Achtung. Äh. Also man kann auch blitz werden, also man sollte nicht einfach unachtsam irgendwo langfahren und nicht zu schnell. Kommt auch manchmal dann im Radio so. Man darf da und da nur 100 fahren. Aber auf der großen Brücke? Ein Wiener Mobil, ernsthaft? Egal. Ja, also auf der Autobahn darf man halt umgeschritten. Oh ja. Einfach yes, immer yes. Bei manchen Autos ist 100 fahren wirklich sehr schwer. Man drückt einmal Gas. Fährt 120. Ähm, du... Ja, fahr hier runter. Wo willst du denn hin? Ey, du verfährst dich voll. Äh? Ich laufe gleich selber. Achso, davor. Oh, runter. Aber der Kaoskin ist cool. Ja, wenn er noch fahren könnte. Jetzt fahr doch weiter links runter, Alter. Bist du auf Kürzung? Äh, nja. Ja, also... Er kennt die Karte nicht so. Du bist so fett. Achso, ja. Das macht das Gleichgewicht weg. Ey, jetzt... Nee, es ist... Es ist nass. Ja, genau. Mhm. Alter, Achtung! Sonst fällt es da noch ein. Hinter dir. Hallo, du musst wenden. Wenden. Also, es kann... Ist so nass, das ist krass. Ich hab keinen... Also, es kann auch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Ja. So, jetzt. Äh, ähm, noch was zu erwähnen. Was ich euch wirklich empfehlen würde, euch beide Sichtweisen anzugucken. Weil hin und wieder, so wie zum Beispiel letzte Folge, waren wir ja getrennt. Du musst unten lang. Ich weiß. Ah, ja. Du wolltest das nur mal zeigen, genau. Rechts rum. Ich packe rechts. Ist egal. Ja, okay, dann hast du einen weiteren Weg, aber mir egal. Links oder rechts rum? Das ist nicht meiner. Der schwimmt in der Luft. Loll. Ist er? Nein, auch nicht. Rechts, 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 hallo. Was ist denn das große Rote? Ähm, da kannst du, glaube ich, ähm, Farbe ändern, oder? Nee, tanken, tanken. Mit dem Flugzeug. Links, 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 links. Ich fahre gleich selber. Links, 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 links. So, da vorne. Und dann rechts rum. Genau. Nee, auch nicht. Ist auch nicht meiner. Links weiter. Du musst bis das Ende fahren. Genau, da rum. Du hast auch den besten Platz bekommen. Ja, ich weiß. Ich habe mich extra da ein bisschen abgelegen hingestellt. Kommt man eigentlich voll schnell hin, wenn man weiß, wo es ist. Und hier um die Ecke müsste er stehen. Da steht er doch. Alter. Ich parke hier. Ja, klar. Fall noch ins Wasser hinten. Das wäre es jetzt gewesen. So, dann schließe ich dir noch eben auf. So, hallo. Hallo. Ja. Maus. Was hast du gesagt in der nächsten Folge? Ja, wir steigen schon mal ein. Ja. Mensch. So, dann schließe ich schon mal wieder ab. Und dann verabschieden wir uns wieder. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Ciao. Wenn es wieder heißt, MTA. Ciao. Ciao.